er war zu mir ich versuche mal einfach so und dann zu spielen vielleicht liegt ja an mir Prozent und neuen Bruder wir haben ja auch ein Spiel ich gehe einfach alles an dir ich bist doch schon daran dass die Welt untergeht dass du scheiße bist oder so Sitzung nur für Spieler mit Einladung bei mir ja Solositzung für er geht du einfach in der Sitzung ich versuche dich nochmal einzuladen Solositzung ja gerne aber das Problem ist ja ich konnte ich durfte ja einladen ja dann check ich das jetzt gerade nicht ich durfte vorhin also nicht einladen ich durfte ja habe ja vorhin das Aussehen deines Charakters ändern dies ist die einzige Gelegenheit das zu tun nein wie jetzt warum wird so überhaupt nicht mehr Charakter in der du scheiß fucking GTA abix Alter was für ein geiles Auto ja Kack GTA GTA soll ich mal mal irgendwas chilliges okay es funktioniert ehrlich kommst du wollen also kommst du bei dir rein ne ja ich bin bei dir aber nur nicht in meiner Sitzung ich kann ich kann dich vielleicht einladen ja guck ja okay vielleicht geht's ja Freunde ja wir wissen das ist ein bisschen fehlen aber wir wollten jetzt unbedingt mal anfangen aufzunehmen sonst hätte sich das noch drei stunden gezogen und dann hätte sie morgen gar keine Folge spielern also deaktiviert kannst du den spieler erst dann einladen wenn ihr beide die Einführung zu GTA Online abgeschlossen hat ja was soll ich jetzt machen keine Ahnung hast du ja geschlossen ich weiß es nicht kommt dann in die Meldung oder was das mit abgeschlossen hat ja weiß ich ja nicht keine Ahnung das ist es ist schon so lange her nur du wirst nichts mehr ja weiß wie lange wird schon GTA Online zocken Alex irgendwie habe gerade das mal 17 Folgen produziert bis jetzt ja und es ist nicht gerade so wenig das ist nicht gerade viel aber folgen a 20 Minuten ja okay wow paar Stündchen ja ich rechne es dir gerade aus deine Mutter rechne es mir gerade aus und so auf ihrer egal ich sag mal nix so du Huensohn die Schlammung der Gäste ich muss zu Cypress Platz dann geht er mal hin nicht siehren Schwanzrechner das muss wirklich können wir mit denen den Nigger auspacken und auf ihn auf den Tisch klatschen waren sie 340 Stunden er wird aber scheiße nein 340 Stunden am Kopf es sind folgen mal 20 Minuten genauer 340 Stunden er hat 340 Minuten du Wichser ja meine ich ja ja und 340 Minuten naja sind es wohl knapp über 2 Stunden das ist nix oder ne ich bin behindert das ist es gesagt es ist in knapp über 8 Stunden glaube ich ja und selber durch 60 teilt ja dann sind es knapp über da sind es ein bisschen weniger als sechs zu fünf und halb kommal weg ja okay du hast die Scheiß-Packen-Taschenrechner du Neger okay weil ich gibt das alles mein tolles Rechner ein auf dem Laptop von Alex er ist cool ich werde das richtig schnell der fährt auch krank gut hoch krank gut hoch man soll zehn Stunden er hast das ist doch eine Minute hoch es dort eine Minute am Arsch eine Mutter ist am Arsch eine Minute das dauert 15 Sekunden bis er hochgefahren ist oder so es mich verarschen ohne Spaß mein Laptop ja was ist mit dem gemacht man das so in 15 Sekunden hoch fährt der fährt voll schnell hoch und der hat so da hat doch fast nichts am Programm drauf muss man sagen der Teil der Aufstellung ohne Spaß ja okay ich übertreibe jetzt aber ich sag mal innerhalb von einer halben Minute ist der hochgefahren ja gut das ist so ungefähr so schnell wie der PC von meiner Mutter ne glaube ich auch nicht egal PSPC ist übrigens noch noch langsamer wette ich einfach mal drauf ja PSPC ist so ja der hat doch Elektromotor nebendran noch ja ja mit Chinesen PC antreibt mit Chinesen jetzt das Lüfterrad treibt er noch mal an so jetzt bin ich hier damit der noch besser kühlt so so ja ich bin noch jetzt auf diesem blauen Kreis so wo ist das Problem äh was also ja hm wo soll ich denn sonst hin ihr Wichser ich soll doch in den blauen Kreis oder blauen Kreis oder am Schlussfolger schon ja du sollst da irgendwie die Moonwalk machen ja toll jetzt mich auf diesen ah warum fickt euch so viel ha auch mal ich bin so dumm für dieses Spiel ey nein so wie deine Mutter die ist auch so dumm für dieses Spiel ich spiel sie auch gar nicht deine Mutter hab ich gesagt ich sag ja auch die spiel sie auch gar nicht das was verpiss dich guck mal hier steht deine Mutter soll das ihr wisst Bescheid wie was ich hab grad äh ja jemand gezeigt in GTA Online und hab gesagt das ist eine Mutter willst du mich jetzt verarschen willst du mich jetzt verarschen ich guck's mir später an wenn das so ein alter Sack war später an Jürgen die Völkern morgen und das ist der Zeit wo wir gerade aufnehmen egal das ist mit der Aufnahme und muss die der Online-Vorgang gut können ein Junge ich bin ich hier drauf Jobs können nur zu 8 zu Fuß können die nur eingelöst werden soll ich so doch mal lesen Leute ja er legt mich ab ich boxe mich hier gerade mit dem Baum ja das kann ich dir sogar vor Leute stelle ich das einfach jetzt mal zehn Sekunden lang vor Prozent ich mach das hier schon seit drei Minuten irgendwie der Baum geht aber nicht kaputt der Kassel immer von mir Tritt und Klotz ohne Scheiß und so unprofessionell ich fresse hier die ganze Zeit Rettig oder so was man braucht Rappen Rettig schon mega was gut das ist so hat keine Ahnung zu scheißer als er plötzlich erst dass ich die ganze Zeit irgendwas kaufe doch ich dachte du lutschst Schwänze das ist richtig unprofessionell das mag ich eigentlich gar nicht und sonst schläfisch wir sind aber professionell normalerweise schon also ich aber ich glaube nicht später bei Prozent bei Rettig das geht ja auch wenn er damit so was okay aber danach nimmt es dann noch Karriere auf und da darfst du es nicht natürlich das ist nun du bist Alex die gehört hier manche und das kommt schon so aber Euro die wichtigste Gäste sowieso aber Prozent ja naja alle muss sein bei Karrieren nicht so richtig ist die ganze Spiel und ununterbrochener Wasserfall also noch schlimmer als Ziel kann Tja da siehst du mal ne war es doch gut so warte mal eine Sekunde ja ich glaube wir bräuchten hier halt das nächste Mal dabei ach nächstes Mal gibt's doch nicht mehr wie nächstes Mal gibt's nicht also nicht mehr mit Pierre hier ist doch kurz vorm Urlaub so ne Nigger wir haben dann noch heute den Schwanz eingezogen weil ich auch so spät war morgens morgen müssen andere Sachen also müssen wir vor allen Dingen andere Sachen aufnehmen Prozent ich auch mit Pierre Korps diesen noch ein paar Folgen am Mittwoch muss ich auch mit Pierre Korps voll sie so aufnehmen ist wir haben vollen Plan jetzt noch bis bis zum abend ok ok da ist so ich hab's nur erklärt aber hör auf uns zu stellen ja leute ich hätte schon einfach hier so Team speaker können und nicht das während der Aufnahme um so Remix ja ich bin bereit wo kann ich jetzt rückwärts bereit bin man irgendwie kann das zu behindert alles was deine Mutter nein geht er wieso weil es nicht funktioniert ja weil ich erst die Scheiße zum Beispiel muss er ja aber du kriegst ja den Arsch irgendwie nicht bewegt das hat behindert du bist dabei da was scheiße wie immer und ich äh kann nur alleine spielen weil auch ein Bier Alex verkaufst mir deine Pläsi 4 ich hab keine Pläsi fehlen und Nicker nur die Filme Moment die kommt erst morgen an ich muss mal merken wie alte unprofessionell rübschen mit dem Reiner alter ersten und professionell egal ich darf das ich bin der Boss im Business ja ok das stimmt auch ob Wasseraut darf navegert befickt damit erlebten nirgendwo ist äte Seymodelt bezüglich vor Aau um adjusting P G gut sogar mit Rechnung mit ohne Rechnung Alter, was ist das für ein Junkie? ich wurde durchlöchert, weil ich so schlecht bin, ja? Alter, was ein Junkie? Ah, ne Leute, ich bin so scheiße, dass ich sogar schon dem den Testing verkacke, ey! Sieh die schon mal warm an, Kevin, für die breite Inkompetenz Ja, ich denke, wir kommen heute eh nicht mehr zum Zocken so also zum Gegnern der Zock meinst du, ne? Miteinander Miteinander gegeneinander, wie du es haben willst, so ineinander So, jetzt muss ich den anderen grad zugucken, mein Ballern, weil ich scheiße bin so richtig lustig, so zwei Leuten, die man überhaupt gar nicht kennt, so Piss an, ey zuzugucken, ey, die könnten nix außer ihren eigenen Hoden lutschen, ey, das können sie nämlich gut, ey Jaja, unprofessionell, ne? Sorry Leute, geht ja online, ich muss mich dem vorgegebenen Niveau anpassen Mhm, das ist keine Hautcreme, das weißt du Wirklich, das Niveau, was du und Pierre vorgelebt hast, muss ich nachleben Ja Also keins nämlich, höhöhö, ihr seid scheiße Error, Niveau not found Genau, so sieht's aus, nur noch einer lebt aus meinem Team, sehr gut So, weil Alex scheiße ist, guck ich mir hier grad so ein paar Sachen an bei GTA So ein paar Tierpornos, nebenbei, auf meinem Laptop Äh, hier, äh, beste Fail, äh, so Terroristen, gell, die wollten so ein Autobombe bauen, gell, die basteln grad an dem Auto rum, auf einmal geht's in die Leute, die killen sich selber BTF Das ist jetzt Verlierer Das ist geil, oder? Guck mal, das Team, wo ich zwar hab' verloren Das ist, äh, sehr, sehr, ähm Das war jetzt total unvorhersehbar Aber ich bin aber vier, ne, mir mal übertreibt Normal bei dir Alex, hätte ich da gesagt, das ist eigentlich fast unmöglich, dass du bei diesem Spiel verlierst Fick dich nicht So, du du eigentlich ziemlich gut bist und besser als ich und Pierre zusammen bist Ja, ja, ich werde noch besser, ihr Wichser, Weltrangliste 2, glaub ich Ich werde noch ihr Wichser, ich mache euch Blatt, äh, ihr Hurenzinn Ja, 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 ja Was willst du, ob du mit Level 10 oder wieviel du bist? Ach, geh mal weg Es gibt Leute, sind alle 150er Ja, und jetzt? Ich wollte mal einen mit Pierre ausrauben, der war Level 50 Und? Hast du's gemacht? Der hätte uns kaputt gemacht, Alter Ja, und was sagt uns das hier sein Schisser? Nein, das sagt uns das Pierre nicht wollte Ach so So, kann ich dich... Sag mal, ist Clown verboten? Mhm, ja, außer in Polen, das ist erlaubt Das ist, gehört zu guten Sorte Du meinst, gehört zum guten Ton Soll ich dich einladen? Ja, ich hab dich eingeladen, komm rein, mein Nougat Krasser Scheiße, jawoll Alexi, 8, 9, 2, 0, 11 Wie kommst du zum Behinderten-Namen, egal Ja, Junge, Alexi, 8, 9, Standard ist immer überall und dann... Soll ich vielleicht nicht sagen, dass ich überall hab, egal You fail Also, das sieht man ja Aber, äh, 2011 hat das Jahr 2011 Dann, äh, immer wenn Alexi, 8, 9 So wie eigentlich meistens inzwischen nicht... Ja, hast du jetzt aber eine private Sitzung gemacht? Ja, klar Oh... Ist du da, du Neger? Komm, gib mal Gas, Mann! Ach so, ich muss noch vorher... Ja, ich kann ja das Spiel irgendwie nicht beschleunigen Das hätte ich bastel mir ne Kurbel an das Laufwerk, ja Und das lädt gerade, oder was? Und schließen Hamster an am Laufrad Lädt das gerade, du Neger Ja, Mensch, ich bin drin Ja, ich muss kurz noch Geld einzahlen bevor du kommst Na, wo bist du? Ja, ich seh ich da auf der Map Bette, das ist schon... Junge, ich seh ich gar nicht mehr, ich bin gerade mit Nü, ne? Bist du, du Schwanz? Ah, da! Oho! Junge, schnell! Ja, 100 Jahre weit weg Gelt eingezahlt Scheiße So, muss ich mal 150 Jahre bis ich hinkomme Wo bist du? Siehst du auf der Map Ja, okay Alter, Level 10 So und nu Ähm Heilige Scheiße, wie weit ich weg bin Du, bleib mal da oben, du bist, das ist ganz cool da oben Da ist doch diese Militärbasis Ja, aber nein, da gehen wir nicht rein Warum nicht? Macht doch Spaß Ich hab's auch schon ein paar Mal versucht Egal, wir werden dann umgebracht Egal, du bist jetzt fertig mit dieser Einführung, ne? Ja, sonst dürfte ich dich nicht einladen Krank Ah, diese Einführung ist mir auch auf den Pest gegangen Hallo, Auto! Mann, ey, unfreundliche Leute Warum könnt ihr nicht in Ruhe zugucken, wie ich euer Auto klau? Ja, keine Ahnung Würdest du da seelenruhig zugucken, wenn einer einfach dich aus dem Auto zerrt? Ja, guck mal, der hier guckt auch zu Also ich würde versuchen, mein Auto zurückzuklauen Alter, der will mich zurück Nein, der zieht mich so raus, der Wichse Alter, der schlägt mich Verpiss dich Ah, kann man ihn nicht verübeln Kann man ihn nicht verübeln? Nein, ich lege gerade über das Auto Wieso tanzt du auf dem Auto, oder? Jünger, ich will dem geben, aber ich verliere Great Nein, aber auch, Junge, wie schlägt man nochmal so, ne? Ja, nein, Alter So, ja, so Jackpot So, weg mit dem ässerischen Stern Scheiße Weil ich den Typ abgeknallt hab Da war man so unfreundlich Unfreundlich Ja, jungler hat mich, ich hab mir aus dem Auto gezogen Und hab mit dem Auto gesnackt und der zieht mich wiederum aus dem Auto raus und Denkt er wär cool dabei Der zieht dich aus dem Auto, du liegst so auf dem Boden, der steigt ein Dann ziehst du ihn aus dem Auto, er liegt auf dem Boden, du steigst ein, dann zieht er wieder dich aus dem Auto So, ich hab mich grad voll nubisch mit dem gebettelt, ey Obwohl er eh kein Skill hat, ich hab verscheuert Oh, das Ding hat ja mal Nein, du scheiß Bucky, ey Fahr doch einfach Ist ja unglaublich Ich hab mich Ich hab mich grad einfach nicht, ey Ohne Spaß Nö, Abkürzung So, Kollege So, tschüss I'm on my way To you Junge, ich bin auch auf dem Weg zu dir Wir werden uns in der Mitte treffen Sag in den Sinn Hoffentlich Alter, Bullen Verpisst euch So Naja Guckst du eigentlich Supertalent und so? Ja, ich hab's für den Adler geguckt, nämlich Ich hab gar nicht gesehen, hat da schon jemand gewonnen oder so? Wer? Köter Wer? Köter Ein Hund Ja, wieder Wirst du mich verarschen Wieder, ja Ist doch voll der Dreck Ja, ist halt so wie es ist Und diese eine aus Offenbach hat leider nicht gewonnen Da war eine, die richtig Da war eine, die hat richtig geil gesungen So eine 15-jährige Richtig geil gesungen Aus Offenbach Und die hat leider nicht gewonnen Ich schick dir mal später Ich schick dir mal nach der Aufnahme den Link vom Casting, okay? Die hat sogar auf die Ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als die auf der Kickers hat die nämlich gesungen Dann vorm Finale letzte Woche Hat die auf der Kickers mal in der Halbzeit zur Pause gesungen Da war ich zwar nicht oben, aber ich hab das davor mitgekriegt Weil, die haben da so, davor schon so Ankündigungen gemacht Die Bullen fickt mich grad hart Krass So, wie weit bist du von mir weggekriegt? 100 Kilometer Ah, nicht mehr lange, aber die Bullen sind damit die Stoß nicht die ganze Zeit von hinten Die geben die Die geben die auch Aber ich weiß, dass man hier wie eine Gesenke sauber ist. Das ist so Dorfmusik oder so'n Scheiß Richtige Bauernmusik Weiß das machen voll scheiße, ich kann es nicht rechtlich auf die Map gucken Also nicht auf die, äh, nicht gucken danach halt Da fährst du immer auf diese eine lange Straße lang Ach, da wisst du ja schon Junge Wo bist du? Boah, hallo, Waffe Ja Ja Gut Okay Ähm Sag ich nicht Ach, das war's ja gar nicht Äh, oh, das war's auch nicht Alter, nein, 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 nein Junge, ich hab so'n Scheiß an Visieren, ey Ich bin so'n Schlicht darin, ey Schwanz Äh, Schwanz Wirst du das von Dippen oder was, du Wichser? Oh, ich wollte deine Leiche noch verprügeln, das geht aber nicht, die spawned Alter, mein Bildschirm ist weiß Voll gespritzt Der ist einfach so weiß, nein Der ist einfach mal weiß hier gerade, ey, das geht nicht Ah, jetzt doch, jetzt kommt dieser Gott da Willkommen, Bruder, Bruder Kommt das nur das erste Mal oder andauernd? Ja, das kommt einmal, glaub ich Ich war ein Stolzertan Ein Betrüger Ein Nichts Deine Mutter auch, ja Warum darf ich das nicht skippen, was der Label ist? Das geht mir am Arsch vorbei Ja, das ist behindert Das geht mir am Arsch vorbei Psss Psss Es geht mir am Arsch vorbei Psss Psss Äh, ja NIGAAA Hoppala Hoppa Gangnam Style Alter die Bullen ficken mich Junge, es geht doch mal weg, geschieht der Recht du hast mich abgeknallt, du Wichser, ey Du hast einfach die besseren Waffen, man. Ich hab doch einfach so eine Schrottpistole, ey. Ich hab auch nur eine Schrottpistole. Was meinst, warum ich dich abgeknallt hab? Verpiss dich, Gott, man. Du wannabe Gott, ey. Das ist wieder weiß, ey.